hallo leute und herzlich willkommen zurück bei dragon age inquisition wir haben eine neue waffe und eine neue rüstung und das ist grund genug um weiterzumachen also was heißt hier weiter zu machen wir wollten eh weitermachen auch ohne neue rüsse und neue waffe naja gut die steuerung und so was bist du denn können wir mit ihm reden eine späherin wird vermisst ok auf bald gut ein staat und kopf ok ok schön und gut und so aber ach so ja gut im moment haben wir genug das finde ich auch liebe kassandra das finde ich auch gut aber zuerst will ich das hier blöden dann stufe 4 mal sehen ja mehr schaden also gut aber wie sieht es bei kassandra aus haben wir ja haben wir sie trägt die abenteuerhaube das ist ok bleibt weiterhin besten slot ok gut dann auf geht's kontrol sehr schön sehr schön rüsse zwergensund pass oh gut und ich finde es eigentlich oh achja ja 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 obsidian haben wir dann nicht ich dachte wir hätten hm dann halt eben nicht tränke auffüllen brauchen wir im moment nicht gruppe wechseln will ich auch nicht gut meine neue waffe will ich eigentlich auch irgendwann mal ein bisschen ausprobieren warum kommen also keine gegner ah sehr gut ok gut dass wir hier rüber gekommen sind es wurde ja noch nicht mal angezeigt so da oben scheint es also eine quest zu geben hm zeige ich einen sonn pass hm dann gehen wir mal nach oben oh ah ja ein bisschen knifflig die ja nicht die fahrt hoch sondern der weg hoch gut was haben wir hier ah brief gefunden bei einem toten templar elendra ich weiß nicht ob diese zeilen dich erreichen aber was soll ich sonst tun als mit der letzten kraft meine zitternden hände dir zu schreiben ob es nun die marie dieser verfluchten ob es nun die magie dieser verfluchten breche ist oder ob der erbauer mich für den bruch meines gelübdes bestraft jedenfalls ist das das ende was äh äh jedenfalls ist das ende nah ups äh die die schrecken sind öfter an meiner seite als abwesend ich bin hierher gekommen um bei diesen gläubigen etwas frieden zu finden aber ihre gemeinplätze spenden keinen trost falls mein geist den dämonen oder meiner eigenen finsternis einem heim fällt äh deines phylakteriens wüsste ich zwar wo du bist aber der wahnsinn deiner und meiner seite war eine zu große klopft möge der erbauer dich retten pass auf dich auf du brauchst kein kein zirkel wenn du ihn in dir trägst in liebe matrin das ist ein templo und eine magierin eigentlich süß phylakterien ein phylakterion ist ein gefäß aus oftmals einer glasfiole und enthält die essenz eines magischen wesens der zirkel der magie und die kirche benutzen kleine phylakterien die mit blut gefüllt sind dass sie magie schüler entnehmen um magier zu finden die abtrünnig geworden und nun auf der flucht vor dem zorn der templer sind bevor ein schüler seine läuterung besteht wird sein phylakterium im turm seines heimatzeckels aufbewahrt die phylakterien der ersten verzauberer befinden sich im weißen turm ein zirkel in orles und trotz buch der tempel des templer ordens violen die zu rechtmäßigen aber mächtigen und und umstrittenen magiern gehören liegen in gut versteckten und abgelegenen orten einen dieser orte aufzuspüren ist praktisch nur für mitglieder der kirche möglich als würde man eine nadel in einem riesigen haus super sucht ok und mehr wird danach gesagt ok können wir den brief abgeben wenn wir die magierin finden aber gut ok noch mehr gut ist das hier gut einmal test aufgeladen ja ja schönes zeug und so gut müssen wir jetzt kämpfen das klein nach einem angriff was hier los ok das ist gerade ein bisschen friedlich aus ich glaube ich würde er würde er wählt ich bin mir nicht sicher sagen wir so ich weiß es nicht die wege des erbaus sind unergründlich woran glaubt euer kult ich bin mir nicht sicher 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 Äh, äh, ja. Dürfen wir rein? Okay. Ja, sag das. Äh, wir haben gerade etwas freigeschaltet. Ähm, dann, äh, Upsala. Ja, wer bist du? Okay. Gut. So. Dann nehmen wir das ganze Zeug zu uns. Äh, ja. Okay. Upsala, äh. Ja. Okay, vielleicht da oben. Also, schauen wir uns das mal alles an. Der Bauer. Ah, ja. Gut, wir sammeln einfach. Das sind ja überall Leute. Versteigte Verteidigung und la, la, la. Stufe 6. Gut. Erst einmal Rüstung. Schwere Rüstung. Und dann gehen wir zu Kassandra. Okay, Moment. Scheint die hier am meisten Gesundheit zu geben, aber das war es auch schon. Gut, dann mache ich es später, wenn sie auch Level 7 erreicht, äh, 8 erreicht haben. Gut, dann. Gut. Wer ist euer Liebste? Äh, wo könnte sie sein? Wie, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Gelogen, wir, wir machen das gleich. Getränke aus Tiedersen. Eine Wolt hat für die Nase, ein Erlebnis auf der Zunge und seltsamerweise ein Bruststückhafter Flüstern in den Ohren. Dieses Getränk wird als wehmütiger Geist beschrieben und beflügelt denselben auch. Es ist, äh, das Meisterwerk eines Winzers. Gut. Ah. Dann hätten wir das hier abgeklärt. Die Quest angenommen. Und wir gehen hier weiter. Da, Geld. Die Inquisition braucht jeden Cent, den man finden kann. Und das schreiben wir nach oben. Mhm. Hallo, junge Dame. Was macht ihr hier? Ich auch nicht. Ich will helfen. Hallo, Endel. Äh, seid gegrüßt, meine Damen. Eure Mutter braucht Hilfe. Ja. Sofort. Ja, äh, bin gleich unterwegs. Uh, was ist das? Gut, das hätten wir. Ein bisschen Gold. Danke. Zuerst gehen wir ganz nach oben. So, es braucht immer seine Zeit, bis er die Treppe hochgekackselt ist. Also, oh, oh. Moment, was ist das? Ah. Ähm. Ich habe nicht darauf geachtet, was da war, sondern dieses Aktivierungsding. Flache Atmung. Ja, ja. Was ist das? Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre... Gut. Wenn es hilft, dann gut. Und ich finde es toll, dass er einfach runtergleitet. Moment, was ist das? Dass es in diesem Spiel solche Passagen gibt. Oh, 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 oh. Okay. Ringt, äh, kritische Trefferchance. Gut. Sonst gibt es hier nichts mehr. Danke, Valric. Dankeschön. Ich dachte schon, ich müsste... Ich müsste dort oben die ganze Zeit bleiben. Danke, dass ihr mir... Dass ihr mich runtergeworfen habt. Okay, das ist ein längerer Abschnitt. Das machen wir ein anderes Mal. Also, so schlimm ist es... Sandra auch wieder nicht. Irgendwie mag ich die. Liliane war im ersten Teil meine große Liebe. Obwohl... Ah, das war so ein Dreiecksding. Entweder der Bauer oder wir. So, rota da. Okay, da unten ist nichts. Gut. Jetzt wird es... Jetzt wird es spaßig. Wir speichern und... Okay, Level 7. Okay, wir machen halbwegs guten Schaden. Hey. Sag ich euch, du darfst gehen? Okay. Na, komm. Au. Was ist so geil? War das? War das? Aha. Oh, das war's schon. Dann schließe dich. So. Da wäre gerade gerufen und gejauelt. Gut. Ich nehme an, die sind zufrieden mit unserer Arbeit. Okay, das hatten wir. Und jetzt raus mit uns. Heiho. Heiho. Ja. Verkünderin. Häft den Flüchtlingen. Macht die Inquisition bekannt. Häft den Flüchtlingen. Das ist das Wichtigste vorerst. Ja. Ach, du Scheiße. Ja. Oh Gott. Ja. Super. Ja. Sie haben einfach merkt, du... Ja. Oh. Ihr habt bewiesen, ihr seid... Also, wir haben nicht mal bewiesen, dass wir... Dass wir... Jemand von... Also, wie soll ich sagen? Wir haben nicht bewiesen, dass wir... Die Herold ein Draster sind, wie sie es gern hätten. Wir haben nur die... Breche geschlossen. Das war's auch schon. So. Bist du... Bist du die Elfen? Ja. Mach das. Da. Nachforschen. 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 Ich denke, das verstehe ich. Habt ihr euch gut amüsiert? Was soll... Das soll... Das soll... Ja, ich denke, ich verstehe es. Ich weiß es noch nicht. Vermutlich, vermutlich nicht. Varric. Kein Problem. Und jetzt geh. Ich bin sehr gewohnt. Gut. okay ja das kann man machen gut charakterbogen wir sind schon stufe 8 jetzt kommen die dran du kannst jeden streich ab während du kommen sie ist sämtlich an von vorne wird verringert ja machen wir das und das kaufen wir die einzelnen punkte du stimmst nach vorne und wirbelst dann dann mit einem geschwungenen schlag herum wenn dein erster angriff erfolgreich war du kannst diesen angriff nutzen um die distanz zu deinem gegner zu überbrücken ja das wäre gut so kassandra wurde eliminiert nicht aber gut war ich mein freund explosions beholfen oder nadelkissen ja mehr drauf schießt desto mehr oder explosions schuss nehmen wir zuerst na okay das explosion gut von da aus geht es dann weiter hier rüber oder du kannst die fähigkeit noch nicht freischalten ja ja gut und jetzt unser lieber scholas ja und noch regeneration gut wir nehmen das hier also befestigen der schlage barriere und reinigen der schlag du kannst geistiger schlag jetzt nutzen um sämtliche negative schadsteffekte zu entfernen von denen du betroffen bist eine barriere stattet den charakter mit einer zusätzlichen gesundheit naja moment jeder gegner denn du mit dem geschlag trifft verstärkt deine schützende barriere da du den schmerz deiner opfer in eigene macht umwandelst ja für nächstes mal also was heißt hier nächstes mal ja okay gut hier hätten wir was haben wir hier element der ausgeliefert und so weiter gut die priesen sei der herr herr holt an trastes da ja das ist ganz wichtig gut wir müssen wissen wie viel du willst stark die sind zeigen pass ok stufe 8 geht und was ist passiert kaum stirb die wundersons da gut geschafft was wird noch noch der da gut chriss schließen gut das war eigentlich einfach andererseits auch nicht schätze sagen wir haben noch so viel zu tun gut das ist ein weg zur zur karte zur weltkarte wir wollen aber noch nicht zurück wo sind wir hier aha wir haben hier noch paar aufgaben wunderbare bettgenosse ein dienst haben das spiel macht sich sorgen dass okay gut wir laufen einfach durch die gegend erkunden alles das wird schon und sobald wir alles haben bevor wir nach radcliffe gehen würde ich sagen gehen wir noch zur inquisition vorbei um alles sicherzustellen okay wo sind wir hier das im hexenwald gibt es eine verschlossene hütte stein steinern traum und so weiter und so fort okay gut bevor wir zu diesem turm gehen gehen wir einfach hier entlang nicht wenn ich das verhindern kann und schätze dass man nicht mit ihnen reden kann oder dass sie ja um ihr leben fliehen oder so oder versuchen abzuhauen ja denn es kommt eine eine bewaffnete horde also eine bewaffnete gruppe und sie sind schutzlos also ich glaube normalerweise würden würde man da versuchen zu fliehen oder zu betteln oder okay ich bin noch nie in dieser situation gekommen aber für mich klingt das logisch okay was haben wir hier ja okay so hier gibt es sehr viel eisen wo natürlich auch noch siegel du hast ein siegel gefunden siegel können an rüstungen angebracht werden und gewähren sowohl besondere vorteile als auch einzigartige nachteile okay hoffe mal die ja also das ist Eis oder also sollten wir mit Feuer dagegen ankämpfen oder mit Magie oder mit Magie oder mit Magie oder mit Magie okay jetzt habe ich es nicht ganz verstanden gut aber bevor wir weitergehen würde ich sagen das war's für diese folge also liebe leute bis zum nächsten mal ciao